Das ist ja wirklich ein bisschen übertrieben, finde ich. Boah, ist das ätzend. Ist das ätzend, Leute. Diese scheiß, äh, Questreihe geht mir jetzt schon tierisch auf den Sack. So. Müssen wir aber gleich draußen sein, oder? Was ist das, was ist das, was ist das? Ich bin mir froh, wenn ich die viel geschafft habe, diese scheiß Academy Questreihe. Ach ja, hier war der komische Raum, wo nichts drin ist. Oh, mach doch mal, ey, du lahmetschwein. Sprinten. Okay, jetzt bin ich aber gleich draußen. Das Symbol wird immer größer, immer größer. Hier irgendwo war das doch, wo ich mich hingesetzt hatte, ne? Um mich ein bisschen auszuruhen. Weißt du, bei sowas hätten sie echt eine Abkürzung machen können. Weil da ein Gegner. Da hätten sie echt eine Abkürzung machen, so eine Tür oder so, die hinten rausführt, oder... Keine Ahnung. Das ist echt ein bisschen scheiße von denen. Das verschwendet meine Zeit tierisch. Und eure. Ich bin aber immer noch nicht draußen. Ich will mich teleportieren. Also schnell reisen. Das ist doch nicht normal, ey. Was machen die denn hier mit mir? Wow! Hab ich mich erschrocken. Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Ich jetzt weiß, wenn ich vorne laufe, schieb der mich bestimmt... Ach, das ist ja egal, ne? Kenn die ja ruhig. Haha! Ey, ich hab einen Herzinfarkt fast gekriegt. Ich weiß nicht, ob man es an meinem Mauswackeln gesehen hat. Auf jeden Fall wäre ich fast gestorben. Da unten ist ein Gitter. Habt ihr das gesehen? Ich weiß aber keine Ahnung, wofür das ist. Ich glaube, einfach mal hier lang. Ich denke mal, das wird schon richtig sein. Alter, das ist der Weg weit, ey. Und ich laufe auch noch direkt dahin, weißt du? Ist ja nicht so, dass ich wie am Anfang hier ein bisschen ziellos rumlaufe. Nein, ich laufe direkt zum Ausgang und trotzdem dauert es voll lange. Das ist ja nicht normal. Ah, hier ist es. Da kenne ich die Leiche? Ne. Jetzt kommt hier nochmal eine Höhle. Ah ja, hier war das mit den Steinen. Lass mich durch, ihr scheiß Steine. Da war die Falle. Weckchen. So. Hier waren die Typen. Schauros. Das haben die echt verletzten gemacht. So einen weiten Weg nochmal doppelt laufen. Sind die behindert? Finde ich ein bisschen scheiße von denen. Ich weiß, es gibt ja auch keinen Zauber oder so, wenn man sich aus irgendeiner Höhle raus teleportieren kann. Wo gab es denn das? Ah, bei Pokémon. Fluchtseil. Das war geil. Das finde ich viel besser als sowas hier. Einfach nur so ein kleiner Zauber, damit du dich wieder an die frische Luft zaubern kannst. Und da kann man ja Schnellreise benutzen. Aber das hier ist ein bisschen übertrieben, ne? Wie nennt man das nochmal in der Computerspielebranche? Ich hab's vergessen, aber es gibt einen Begriff dafür, dass man Wege doppelt und dreifach gehen muss, damit das Spiel länger wird. Wieder irgendeine Falle berührt. Bin ich jetzt draußen, bitte? Ja. Na endlich, meine Freunde. Wir haben's geschafft, nach so ungefähr 20 Minuten sind wir draußen. Boah. So. Und jetzt sollen wir nach Labyrinthion. Das hört sich nicht gut an. Sorry. Das hört sich an, als ob man sich da verlaufen kann, ey. Ich überlege auch... Oh, hab ich mich grad von meinem Pferd erschrocken. Ich überlege jetzt auch, ob ich vorher was anderes machen soll, oder ob ich die Questreihe jetzt einfach fertig machen soll. Ah, ich soll zur Akademie. Okay. Dann gehen wir mal da hin. Ja. So, wenigstens schon mal etwas. Vielleicht muss ich ja gar nicht nach Labyrinthion. Der war gut. Als wenn jemand anderes da hingehen würde. Nö, nö, die schicken mich auf jeden Fall. So viel steht schon mal fest. So, lauf, Freund, lauf. Ich hab schon viel, viel, viel zu viel Zeit verschwendet. Ich muss zur Akademie und die warnen. Ich muss die Leute warnen. Was ist denn hier los? Es ist wie ein Schutzzauber, aber wer wirkt ihn? An Cano? Wie? Mir ist egal, was das ist. Ich will, dass es beseitigt wird. Ich will wissen, was er da drin macht. Voll krass, Alter. Guck mal her. Ich weiß nicht, was er macht, aber damit kommt er nicht davon. Ich weiß, wo der Stab des Magnus zu finden ist. Ausgezeichnet. Ich würde vorschlagen, ihn sofort zu holen. Aber momentan haben wir Wichtigeres zu tun. An Cano hat sich irgendwie in der Halle eingesperrt. Er hat etwas vor und ich beabsichtige, es zu verhindern. Helft ihr uns hierbei? Wir geben alles, was wir haben. Okay, das heißt also, ich soll jetzt mitzaubern, oder what? Wir müssen herausgehend und was An Cano umschirchen führen. Das war easy. Hey! Ich soll jetzt mit ihm reden, oder? Ich weiß nicht, was er macht, aber damit kommt er nicht davon. An Cano! Hört sofort damit auf! Ich befehle es euch! Haltet euch fern von ihm! Was war das jetzt? Ist mit euch alles in Ordnung? Könnt ihr laufen? Ich brauche euch. Wir sind in Schwierigkeiten. Mir geht es gut. An Cano macht etwas mit diesem Ding. Dem Auge. Wir können ihn nicht aufhalten. Ich habe Zavos seit der Explosion nicht mehr gesehen. Vielleicht wurde er davon erfasst und ist verletzt. Ihr müsst den Erzmagier finden, und zwar rasch. Macht euch auf den Weg. Oh, ich habe eine Errung geschafft. Was ist passiert? Mir geht es gleich wieder gut. Ich muss nur erst wieder zu Atem kommen. Sucht Zavos. Wo soll denn der sein, Alter? Der ist in den Himmelsrand. Wo wurde der denn hingeschickt, Alter? Ah, da liegt er. Was ist geschehen? Er ist mit euch alles in Ordnung? Was ist hier drin geschehen? Es ist Ancano. Er hat etwas mit dem Auge... Was? Er hat etwas mit dem Auge angestellt. Bei den Neuen. Ist er dafür verantwortlich? Ja. Der Erzmagier tot? Da ist doch mehr. Ach, der ist tot. Ich dachte, der ist beunruflich. Das ist etwas mit Winterfestem geschehen. Sicher hängt es mit dem zusammen, was Ancano getan hat. Ihr müsst dorthin gehen und euch vergewissern, dass es sicher ist. Rasch jetzt, rasch. Ich suche Mirabelle. Wir werden versuchen, es aufzuhalten. Okay, was soll ich machen? Beschütze die Stadt Winterfeste. Ist er tot? Ist er tot? Das finde ich aber schön. Wo ist ein Winterfeste nochmal? Hä, was? Achso, da. Bin ich behindert? Oh, was geht denn hier ab? Warte, 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 warte. Stirb! Ich glaube, im Nahkampf komme ich da nicht sehr weit, oder? Aber die machen nicht so dollen Schaden. Ich glaube, das ist ein bisschen weh, meine Freunde. Lasst mich! 3 war das, ne? Ah, ne, 3 ist Feuerball. Scheiße. Nein, nein. Alter! Wie viele das sind! So viel Ausdauer hab ich gar nicht. Lass mich doch! Nein! F1! Alter, die halten richtig viel aus! Jetzt mich verarschen. Boah, da hab ich gar nicht genug Ausdauer. Stirb! Du! Dreckige Schwein! Bleib hier, da war einer fast tot. Komm her! Du bist doch fast tot schon! Der nächste. So. Zehn Stück! Willst du mich verarschen? Warte mal. Ich suche jetzt mal was anderes. Ne, hier. Ferdich, im Weh, du stirbst, Alter. Dann muss ich mir mal Geld bezahlen. Magie. Oh, ist doch spannend, ey. Flamm. Sterbt jetzt! Das macht den gar nichts aus. Das ist doch scheiße. Vier. Warte mal. Schreie, was hab ich denn für Schreie? Eis vor. Dreh den Gäger komplett ein. Schreie, ich hab ein Flammenmeer. Äh, ich hab hier noch unerbittliche Macht. Äh, Wirbelwindssprint. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht hilft. Das ist mein Stärkster, den ich hab. Das kann ich natürlich nicht mehr benutzen. Ah, ist wieder einer. Ich glaub, Fußradar hat's gebracht. Da hab ich jetzt durch keine Ausdauern mehr. Noch einer kaputt? Okay, es läuft lang. Na, Leute, ich krieg's hin. Ich muss mich zwar öfter mal heilen, aber... Das geht klar. Die machen zum Glück nicht so viel Schaden. Aua. Warte, Y. Äh, ich glaub, die kriegen gar keinen Schaden mehr so, oder? Ich bin ganz sicher. Ja. Alter, wie meine Ausdauern sofort runtergewächtigt. Mit den Zweihand-Dingsmacher. Los, komm jetzt! Dürb, du Schwein! Jetzt du noch. Das Gute ist ja, dass die bei mir in der Nähe bleiben. Außer wenn sie fast tot sind. Dann hauen sie ab. Komm her! Bist du, du Sau! Komm her, du dreckige Schmerz. Ja, fertig, mach ich kaputt! So, und der letzte, oder? Ne, da fehlen noch zwei, da. Da hinten sind sie irgendwo. Boah. Ah, ne, nicht rennen. Jetzt hab ich keine Ausdauer. Da sind sie! Sind hier gefangen, kann das sein? Sterb, die dreckigen Schweine! Ich wette, das ist ganz einfach hier gewesen, aber ich hab mich einfach ein bisschen blöd angestellt. Ne, ich kriege gar keinen Schaden, der tut. Durch meinen Doppelangriff ging jetzt nicht Schaden. Ich hab's geschafft! So, jetzt. Melde dich bei Mirabelle, Erwin. Äh, Erwine. Wieder schnell hinporten. Leute! Wat für ne Action, ey! Ah, Leute, meine Waffen sind gar nicht mehr aufgelandet. Fehlt mir gerade auf. Äh, Waffen. Tee. Da ist noch ein bisschen was drauf. Tee. Nochmal Tee. Und nochmal Tee. So. Ach so, zieh die mal. Irgendwie passiert da jetzt nix. Egal. Wird schon passen. Ich find das mit der Third Person richtig cool irgendwie. So. Vielen Dank.